Hi zusammen, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euer eigenes ChatGPT Plugin erstellen könnt. Aktuell sind die Plugins nur für ChatGPT Plus Nutzer verfügbar. Solltet ihr Plus Nutzer sein und dieses Plugin System aktuell nicht zur Verfügung haben, könnte es sein, dass es für euch noch nicht aktiviert ist oder aber, dass ihr es selbst noch nicht aktiviert habt. Ihr könnt auf jeden Fall probieren über Beta Features und dann bei Plugins hier ein Häkchen reinzumachen. Dann solltet ihr sie sehen, wenn es nicht geht, dann ist es leider noch nicht freigeschaltet. Wenn ihr es habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall jetzt hier mitmachen. Ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Also ich habe hier ein Plugin aktiviert und zwar ist es so ein Book Club Plugin und wir können hier einfach Bücher hinzufügen und mit Reviews versehen. Und ich adde jetzt einfach mal ein Book und ich sage, ich möchte das Buch Atomic Habits, kann ich definitiv empfehlen, das Buch meiner Booklist hinzufügen. Rating 5 Stars oder 5 Stars. Und jetzt sollte ChatGPT in der Lage sein, anhand meiner Anweisung zu erkennen, dass es hier das Plugin verwenden soll. Und wie man sehen kann, das Ganze funktioniert. Jetzt wird hier ein Request auf meine API gemacht, wo das Plugin eben drüber läuft und das Ganze wurde hinzugefügt. Wir können in der API Bücher updaten, uns die Bücher anzeigen lassen und natürlich auch Bücher löschen. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, zeige mir die komplette Buchliste und dann kriegen wir jetzt hier Atomic Habits eben zurück in so einer Listenform hier eben angezeigt. Also das ist eine recht einfache CRUD-Applikation, die einfach mal demonstrieren soll, wie das Ganze funktioniert. Genau. Und ChatGPT schreibt uns eben hier den leserlichen Output zurück. So, was steckt eigentlich dahinter? Hinter diesem Plugin steckt eine FastAPI-App eben mit vier Endpunkten. Get, Post, Delete und Put. Also eine typische CRUD-Applikation. Und drei weiteren Endpunkten, die benötigt werden, um ein Plugin eben zu definieren. Wie das Ganze jetzt im Code aussieht, das zeige ich euch jetzt. So, ich bin hier mal in VS Code. Wenn ihr das Ganze nachbauen wollt, würde ich euch empfehlen, das Ganze aus meinem Git-Repo auszuchecken und einfach selbst auszuprobieren. Das sollte eigentlich 1 zu 1 funktionieren. Und jetzt gehen wir einfach mal zusammen durch den Code. Zunächst einmal durch die App an sich. Das ist einfach eine App mit FastAPI geschrieben. Ich habe dazu auch Tutorials, wen es im Detail interessiert, wie das funktioniert. Ist eine relativ einfache Library, mit der man eben REST APIs erstellen kann. Dafür installieren wir das Ganze erstmal über pip install FastAPI. Dann importieren wir die relevanten Pakete, also FastAPI, die Klasse hier. Und außerdem brauchen wir Cores Middleware und noch ein paar andere Klassen wie Pidentik, wo wir dann eben ein Model erstellen. Danach instanziieren wir die FastAPI-Klasse, erstellen so ein In-Memory-Store, nenne ich es mal. Das ist einfach ein Dictionary, wo wir die Bücher eben drin speichern. Und danach ändern wir Cores Middleware. Das ist ganz wichtig, damit wir eben Requests von JGBT, also von der Website von OpenAI, eben auf unseren Localhost machen können. Normalerweise würde so eine Anfrage eben geblockt werden aus Cores Policy Gründen. So, dann habe ich hier noch ein Base, ein Book-Item erstellt. Erbt vom Base-Model und sagt einfach nur, dass wir hier einen Title haben und ein Review. Das sind einfach die Details, die wir in unserer API dann definieren. Danach habe ich einen Post-Endpunkt definiert, wo wir eben Books und dann noch einen Username mitgeben. Und wir adden dann für den Username, den OpenAI oder JGBT für uns eben auch erstellt, einfach hier dann eine Liste von Büchern. Und wir adden dann ein Buch diesem Books-Item hier hinzu. Dann können wir uns die Bücher anzeigen lassen, wie eben schon gesehen. Und außerdem können wir Bücher eben löschen. Also hier entfernen wir das Ganze einfach aus dem Dictionary und wir können Bücher einfach auch updaten, zum Beispiel das Review updaten und so weiter und so fort. Okay, also das ist jetzt hier die Business Logic von unserem Produkt, also von unserem Plug-In. Für ein konkretes Plug-In brauchen wir allerdings noch drei weitere Endpunkte und zwar das erste ist ein Logo. Das brauchen wir, damit uns dieses Logo eben im Plug-In-Store angezeigt wird. Das ist jetzt hier in dem Fall ein 100x100-Pixel-Logo mit dem Roboter, der hier einfach ein Buch liest. Habe ich mir über Midschern hier erzeugen lassen. Und danach brauchen wir außerdem noch ein AI-Plugin.json-File. Das müssen wir hier ebenfalls exposen über diesen Endpunkt. Was das genau beinhaltet, zeige ich gleich. Und wir brauchen außerdem noch eine OpenAPI, dort YAML. Und diese gucken wir uns auch gleich an. Also das sind die drei Files, die müssen wir ebenfalls als Endpunkt exposen, weil sonst wird das eben von JGBT nicht korrekt als Plug-In erkannt. Okay, gucken wir uns zunächst einmal OpenAPI.YAML an, was da drin ist. Also das ist letztlich eine Definition von unserer API in dem YAML-Format. Und diese gibt einfach an, wie zum Beispiel die Pfade aussehen. Also wir haben hier ein Put-Request, was für eine Operation das Ganze ist. Hier haben wir das Ganze für den Get-Request. Hier haben wir den Path, den Username und so weiter. Also das ist die API-Definition, einfach in dem YAML-Format. Und diese wird von JGBT verwendet, um eben auszulesen, wie wir mit unserer API interagieren müssen, dass wir zum Beispiel Bücher hinzufügen oder Bücher löschen können. Also das ist eben für JGBT diese Information, die es dann eben braucht. So, ein weiteres wichtiges File ist das AI-Plugin.json-File. Hier haben wir eine Schema-Version und ganz wichtig hier Name for Human und Name for Model. Name for Human ist die Information, die wir im Plug-In-Store sehen, wenn wir das Ganze installieren wollen. Name for Model ist die Information für JGBT, damit das Modell eben weiß, dass wir hier so einen Buchclub haben. Die relevantere Information für das Model ist aber eigentlich das hier. Hier beschreiben wir, was das Plug-In tun kann. Also Plug-In for Managing a Book Club List, wo man eben Bücher hinzufügen, updaten und viewen kann. Also ohne diese Information wäre JGBT nicht in der Lage, wenn wir etwas eingeben, wie zum Beispiel, wir wollen ein Buch in eine Liste hinzufügen, auf das Plug-In hier zu verweisen. Und deswegen brauchen wir diese Description für das Model eben sehr, sehr genau. Das ist eigentlich noch wichtiger als Information hier für den menschlichen User. Weil ohne das funktioniert das Plug-In einfach gar nicht. Dann haben wir noch Informationen wie Auth. Aktuell können wir noch keine Modelle oder keine Plug-Ins mit Authentication verwenden. Das wird wahrscheinlich noch kommen. Das ist zumindest mein aktueller Stand, dass das nicht funktioniert. Dann brauchen wir hier noch API-Informationen, hier vom Typ OpenAPI. Deswegen haben wir auch dieses OpenAPI.yaml-File. Und hier ist die URL zu unserem OpenAPI.yaml-File. Das ist einfach hier nochmal verlinkt. Und dann hier nochmal ist UserAuthenticatedFault. Das heißt, wir kommen hier unauthentifiziert an diese Informationen dran. Außerdem noch die Logo-URL. Die ist ebenfalls sehr wichtig eben für den Plug-In-Store. und danach noch Contact, E-Mail und LegalInfo-URL. Diese Informationen, die brauchen wir aktuell noch nicht. Die bräuchten wir erst, wenn wir das Ganze wirklich im Plug-In-Store deployen wollen für andere User und das Ganze über unsere eigene Website laufen würde. Das heißt, für den Plug-In-Store müssen wir das Ganze auch von OpenAI verifizieren lassen. Das geht dann ohne diese Informationen eben nicht mehr. Aber für den lokalen Nutzer ist es aktuell nicht relevant. So nochmal zusammengefasst. Also wir brauchen eine App, die einfach ganz normal API sein muss, wo wir eben Endpunkte exposen können und wir brauchen dann noch drei weitere Endpunkte mit dem Logo, dem AI-Plugin.json und der OpenAPYAML-Spezifikation. Ohne diese Endpunkte funktioniert das Ganze nicht. Wenn wir das haben, dann können wir im Plug-In-Store das Ganze hinzufügen. Das machen wir einfach, indem wir hier einen neuen Chat eröffnen. Dann gehen wir hier drauf und jetzt können wir auf diesen Button Plug-In-Store klicken und dann hier auf Develop your own Plug-In. und danach müssen wir einfach die URL angeben. Bei mir ist es in dem Fall Localhost und das Ganze läuft auf Port 4444. Dann klicken wir auf Find Manifest File und jetzt wird das eben durchsucht. Das heißt, wir haben hier ein korrektes Manifest-File geschrieben. Hier sehen wir das Ganze. Das ist unser OpenAI, also das JSON-File und das ist das YAML-File. Diese werden ausgelesen. Ohne das funktioniert das Ganze, wie gesagt, nicht. Hoppla, jetzt muss ich es nochmal kurz anklicken. Und danach, wenn das eben passt und wir hier zwei grüne Häkchen haben, dann können wir auf Install Localhost Plug-In klicken. So, nachdem das Ganze passt, einfach hier nur noch einen Haken setzen und damit ist das Plug-In ready to use. Und ja, so einfach ist es mit ChatGPT ein eigenes Plug-In zu entwickeln und in den Store zu packen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über ein Like und ein Abo. Bis dann, ciao. 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 Ciao.